Herzlich Willkommen bei Ben & Steve, mein Name ist Steve und wir spielen heute für euch T-T-T-Step! Und jetzt steppen wir mal ins Game rein. The killer is a human, but, ähm, but, ähm, ja. Warum schon wieder Texte, die man irgendwie lesen kann, Alter? So schnell. So, wir wachen in einem dunklen irgendwo auf. So, da oben steht. Okay, da oben läuft eine Uhr, Stunde, Minuten, Sekunden. Das lässt ja wieder hoffen, Alter. So, warte mal, kann ich gucken hier. Use. Okay, Leiter war, was habe ich gerade? Was war Leiter? Gerade stand es noch da. So, warte mal, Use. Oh, no, Alter. Oh, bitte nicht. So, den können wir, ähm, und zwar... Shortcuten, warte mal. Eins, oder was? Was los? Press Shortcut Key. Ja, Havik, eins. Ah, jetzt hat das. Dankeschön. So. Schön, schön. Äh, äh, ja. Wir gehen zu irgendwo. Press B to access your object. Aha, okay. Escape, okay. From the house. Für 100 Punkte. Wir müssen die Balance kaputt machen. Um das Haus herum. Für 100 Punkte. So. Hm, können wir hier eine Kerze anmachen? Ah, die ist schon an. Ja, die ist schon an. Das ist ja schön. So. Äh, wenn ich jetzt... Wer redet da? Ah, okay. Alles klar, warte mal. Hier müssen wir... Hier müssen wir irgendwo erstmal scheinbar irgendwie was finden. Wir müssen das aufmachen können. So wird die ein Draw. Oh Mann, jetzt ist das so duster. Lockpack. Okay, wir haben Lockpack gefunden. Ey, aber Leute, ich muss das leider heller machen. Die geht gar nicht. Ich sehe überhaupt nichts, Alter. Gar nichts. Hey Jojo! Grüß dich! So, und wieder zurück ins Spiel. Und es ist nicht wirklich heller, aber was willst du machen? So. Okay. Alles klar. Wir nutzen den Lock... Oh, nice. Schön. Das ist, äh... Das ist ein bisschen wie Fallout. So. Na, hoffentlich muss ich Glättchen nicht mal auf Zeit machen, Alter. So. Wer quatscht denn hier immer? Wo ist das... Wo ist das crazy dude? Ja, wir können nicht warten, um zu sehen, wie sehr ich blute. Das freut mich nicht so. Okay, wir brauchen Strom für das Panel. Was haben wir da? Alter, ich sehe hier gar nichts. Camcorder. Mh. 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 Okay, wir können eine Kamera machen. Outlast, Baby! Mh. 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 aber ein schönes Gedicht. Das ist sehr schön. So, hier brauche ich Strom für die Hebel. Okay, wir gehen erst mal weiter. Hier ist zu. Die The Key. Oh. Was? Oh, warte mal, hier ist ein Ballon. Hopp. Verrät mich eigentlich das Geräusch, das wäre doof. Oh, warte mal, jetzt kann ich kurz rum ein bisschen lauter machen nach diesem. Es ist ja die Mucke nicht mehr so schlimm, so laut. Scheiße, ist der über mir? Oh, oh, Mann, ich wollte da den Hebel vormachen. Hopp. Das ist ein bisschen witzig. Oh, was haben wir hier? Lockpicks, sehr schön. Ich finde, er ist ziemlich nah. Er hört sich sehr nah an. Oh, du Scheiße. Oh, 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 da hinten war er. Da ist er, da ist er. Was ist denn das? Ah, ich wollte einen Zahlencode. Oh nein. Leg mal hoch. Wenn der hier unten ist, geht hoch. Oh, fette Videokassette. Okay, hier ist nichts drin. Hm, bleib doch mal unten. Er will sich nicht ducken. Okay. Nischt. In diesem Haus, ich bin der Dredd. Es gibt keinen Erlangen, weil du tot bist. Ja, da ist auch sehr was. Ah. Du bist ja jetzt auf der gleichen Etage. Ey, er hört sich echt richtig doll nah an. Sehr, sehr nah. Was? Warte, willst du meinen Kopf auf den Pfahl spießen? Nicht mit mir. Nicht mit mir, Feindchen. Okay, Lockpicks. Wie viele Lockpicks brauchen wir denn, sag mal, verdammte Axt? Oh, schön. Bums. Lock, ich frage ständig jetzt, ich hoffe nicht, dass das den Akten anlockt. Ah, ich bin ja auch voll da jagen, ich bin ja voll da jagen. Okay, also Krusty, der Clown, macht hier ne lustige Party. Ah, schön, 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 schön. Ich glaube, ich weiß nicht, ist er unter mir oder ist er auf der gleichen Etage? Ich weiß ja nicht, die Hose ist voll, die Hose ist gestrichen voll, Freunde. Oh Gott. Und ich weiß auch tatsächlich nicht, wie fair die Checkpoints hier sind in dem Game. Den kann ich gar nicht öffnen. Boah, Alter, ist das hier ne Buddyfarm oder was? Das ist ja fürchterlich. Noch ne Kassette. So, man kann ja nach unten schauen. Irgendwie unten sieht man tatsächlich den Ausschlag vom Radio. Ist das hier noch ein Ohr oder was? Okay, also ich glaube, es ist auch kein Indikator. Irgendwie wie sehr da unten... Reagiert das auf mein Mikrofon? Oh Gott. Oh Gott. Das ist mir neuer. Ne, wie schön sind die kommen? Ne Menge Toiletten gibt es hier auf jeden Fall. So. Ah, Efeu? Ne, leider nicht. Okay, also ich würde jetzt mal so tippen, er ist, er ist, er ist unter uns. Er ist unter uns. Jetzt hört sich noch einer Treppe an. Bei mir schon? Da unten war er gerade. Da unten war er gerade. Da unten war er. Oh Gott. Wir sind ja anscheinend von einem Irren eingesperrt worden irgendwie. Von irgendeinem Geistenkranken. Geistenkranken. Also ist, wenn ich Angst habe... Oh, was haben wir hier? Eine Taschennappe? Ne, ach, ne Sicherung. Nimm die Fuße. Nimm sie. Wie viele Fusen brauchen wir? Blocked from the other side. Also, die Dicht ist ja schön. Kann man ja nicht anders sagen, ne? Hat er schön auswendig gelernt. Hat er gut gemacht. So, ganz kurz mal. Warte mal, bevor ich jetzt hier runter gehe und wahrscheinlich sterbe. Guck, haben wir eine Map? Ne, haben wir nicht. Hmm. Essential item to fix. Elektrosystem equipment and powering machinery. Uh, with its compact size. It's easy to carry in the inventory. Wie viel müssen wir finden? So, okay, alles klar. Ich würde ihn jetzt mal eventuell irgendwo lang laufen lassen. Wenn überhaupt hier unten da ist. Aber man hat ja, man hat ja vorhin jemanden so mit der Lampe gesehen irgendwie. Und dem würde tatsächlich nicht so Jahren über den Weg laufen. Oh Gott. Oh, das ist doch alles Gammelig hier, ey. So, ey, sorry, dass ich jetzt hier mal eins kurz schissermäßig hier warten muss auf der Treppe. Wie so ein Kind und Kind so. Hm. Aber, äh, slow and steady wins the race. Äh, fliegt Benny immer zusammen. Oh, 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 oh Gott. Oh, oh. Don't blink when I stab you in the face. Was dat denn, Alter? Was denn dat? Hä? Ha, ha. Hab ich gesehen? Nee, ist wieder weg. Okay, okay. Cool, 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 cool. No tears, please. It's a waste of good suffering. Ha. I can't wait to see how much you bleed. Hm, hm, hm. Ich hab auch noch keinen Videorekorder oder irgendwas gefunden, wo ich die Kassetten einlegen kann, die ich gefunden habe. Boah, hier ist noch ne Fuse. Alles klar, noch ne Sicherung. Wie viel brauchen wir? Brauchen wir vier oder was, wie wir vorhin da an den Hebeln gesehen haben? Das wär hart. Jammed, okay. Okay. So, ich würd ihn tatsächlich ganz herzlich hier hinten hören irgendwie, denn wüsste ich, dass ich hier vorne lang laufen kann. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Ach, je. Ich würd ihn verraten, du bist wie ein Fisch. Scheiße. Scheiße. Was ist denn das, Alter? Ich hab keine Schlüsselkarte. Will der mich verarschen, Alter? Was ist denn das für ein Haus? Oh, nee. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Okay, also ich muss hier vorne, danke. Ich muss an dem vorbei. Das ist jetzt nicht geil. No. No. Ich hab keine vorbeidete Reise. Kein Aufmerksamkeit. Du wirst sterben mit Terror in deinen Augen. Ja, ja. In allen vier Ecken muss Liebe drinnen stecken. Ich weüss. Verfassst du jetzt. Okay, 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 okay. Fanden nicht cool. Oh, 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 oh. Oh, ah. Oh, ah. Sack Kassel! Sack Kassel! Alter, ist aber überhaupt nicht stressig. Ist ja mal überhaupt nicht stressig, der Typ. Oh Gott. Erdwiss, erdwiss. Mann, hau ab. Jörg. Erinnnis, erinnnis. Ich bin am Arsch. Ja, bringt mir so Lust. Scheiße. Oh, das war ja... Der Killer ist eher schön, schön. Okay. Oh nein, wir sind komplett von vorne. Okay, also wir können den Killer scheinbar nicht einfach entkommen. Also, ich konnte ihm jetzt nicht entkommen. Weil irgendwann hast du keine Ausdauer mehr irgendwie und dann ist Luftpumpe. Dann ist es vorbei. Nein, Alter, nein. Hau ab. Mann, lass mich doch vorbei. Lass mich doch vorbei, Mann. Hau doch ab. Los, lass mich doch vorbei. Was ist das? Können wir mal hier bitte mal zumachen? Mann! Nein! Nein! Ich hab schon wieder keinen Ausdauer mehr. Käpt'n Luftpumpe hat keinen Ausdauer mehr! Nein! 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 Okay, also der Schluss ist für den Keller und soviel steht schon mal fest. Was ist denn, was ist denn mit ihm los? Ja, aber das Problem ist, wie werde ich ihn denn los? Also, es kann ja nicht sein, dass... Oder was? Was ist denn für ein Quatsch? Ja, und der kann schon nicht mehr hin. Also, was ist doch das halbairn? Äh, was ist denn... Äh, äh, die... Äh! Oh. Bad ist besetzt, Freundin. Wenn die Tür zu ist, ist die Tür zu. Wenn die Tür zu ist, ist die Tür zu. Ihr kommt keiner ins Bad rein. Wenn ihr jetzt hinkommt, konnte ich. Wirklich. Nein, bitte nicht. Bitte nicht. Nein, Alter, nein! Wie denn? Wie denn? Mach die Kamera an. Los! Was soll jetzt die Kamera anmachen? Mach doch die Kamera an, Mann! Ach, schön, schön, schön. Boah, da war die Sicherung! Da war die Sicherung in der dritten! Da war die Sicherung! Die Sicherung! Leck mich! Alter! Das darf nicht wahr sein. Das darf nicht wahr sein. Wie hat er mich denn jetzt überhaupt gesehen? Es war komplett im Dunkeln. Das darf nicht wahr sein. Ah, Benni, ich wünsche schon, dass du jetzt hier wärst. Würde ich besser finden. Würde ich besser finden. So, ich fand es am 8. Mal an. Ist gar kein Problem. Aber ich beiß mich ja gerne durch sowas durch. Das ist halt, ähm, das ist mein Dark Souls hier. Vielleicht bin ich auch, ich bin auch definitiv hier zu zaghaft. Normalerweise müsste ich hier wesentlich aggressiver vor ihm. Was? Sagte ich und versteckte mich. Ach, das ist, also das ist... So was ärgert mich. Das ist so ein bisschen doof leider. Irgendwie tut mir jetzt wirklich für euch als Zuschauer leid. Irgendwie, weil ihr jetzt halt einfach auch in so einer, in so einer Warteschlange hängt. Gerade irgendwie. Bis ich hier mal Progress mache. Der mir natürlich sofort wieder weggerissen werden kann. Ja. Sehr gute Idee. Sehr gute Idee, Jojo. Und jetzt steht hier eine Zahl drüber. Das darf doch nicht wahr sein. Das ist jetzt so eine Frechheit. Ehrlich, Mike dachte wirklich, dass das jetzt was bringt. Das ist ja, Jojo ist drauf gekommen. So, was könnte durch, durch Feuer am Kamin passieren? Der Raum erwärmt sich. Nach oben tritt Rauch aus. Aber die habt keine Ebene über uns. Ja, Jojo, knistert auch sehr schön. Da hast du vollkommen recht. Lichtquelle. Du hast ein bisschen mehr Lichtquelle. Was bringt denn die Lichtquelle? Ich hätte ja gedacht, irgendwie vielleicht erwärmt sich Resident Evil mäßig der Backstein da drüber. Und... Eine thermisch aktivierte Kohletinte wird dadurch sichtbar. Und hier steht plötzlich... 0815. Oder 1, 2, 3, 4. Also man muss ja sagen, grundsätzlich ist das Spiel ja ziemlich cool irgendwie, ne? Also es ist ja halt knackig und pipapo und das ist ja... Atmosphäre, Grafik ist ja auch alles ganz cool. Aber ich hab so durch die Führung, dass ich es nicht schaffen werde. Das ist immer so ein bisschen... Insides look like. Ach, schlägt mich doch am Arsch! Oh, wir haben's... Oh, ho, ho, ho! Guck mal, wir haben's geschafft, ihm zu entkommen! Und ich bin zum x-ten Mal in den gleichen Räumen. Das ist, es ist... Es ist frustrierend, Leute. Es ist frustrierend. Eih! Eih! Ehhhhh... Oh, wir sind draußen! Wir sind draußen! Darauf erst mal ein Ballon! Was? Na, ich bin ja... Gehen wir mal hier und dann... Schade! Okay, gut. Dann schauen wir uns mal um. Koffe, der Idiot kommt nicht mit raus. Das... Würde ich gut finden. Oh, ho, 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 ho! Oh, ho, ho, ho! Oh, man, Alter, ey! Oh, ho, ho! Ey, Bianca! Why? Wieso? Oh, ho, 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 ho! Pffft, pffft... Pffft, 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 pffft... Hm, Mann, Alter, das gibt's doch nicht! Ah, eine Leiter, alles klar! Das ist ein dynamischer Typ, den wir haben. Wirklich äußerst dynamischer Typ. Benutz doch die Leiter. It's too high, I can't reach. Du stehst, was ist, du stehst doch, du musst, also. Will er mich verarschen? Ich meine, es ist zu hoch. Es ist die Leiter, ich komm nicht ran an die Leiter. Die ist mir einfach, die ist zu hoch. Ich komm nicht ran. Was ist das, also. Der will mich, alter. Ich drücke eh. Ich drücke eh, ich drücke eh. Ja, das ist halt, in meiner Stunde mehr essen, hätte es ja auch geklappt hier mit dem Klimmzug. Doch, also, das. Oh, scheiße. Oh, je. Ich glaube, das sollte nicht sein. Okay, okay. Okay. Nochmal gucken. Ja, da ist wahrscheinlich end of the map. Gut, wir sind außerhalb der Mauern. Kann man machen. Kann man machen. Ich denke nicht, dass das so vom Entwickler vorgesehen war. Aber, pff. Na ja, war mal schön rausgeglitscht jetzt hier, oder was? So, schauen wir mal. Warte mal, hier ist doch, hier war doch hier, genau. Was ist denn hier eigentlich? Iiih, hier ist auch eine Tür dahinter gewesen. Genau, hier kommen wir jetzt, kommen wir immer noch weiter. Interessant. Ja, na dann würde ich mal sagen, wir machen mal querfeldein hier. Ich versuche mal kurz am Zaun zu bleiben, weil ich würde mal zu der Tür, die eigentlich die Aushangstür ist, mal hingehen wollen und mal gucken. Das ist schon abgedreht. Das ist schon abgedreht. So, ich glaube, das ist auf der Seite hier, ne? Hier vorne, ja genau, hier ist, hier ist das Ding. So, Bäume, die mich nicht durchlassen. Das ist ein sehr hartes Gestrüpp. Ah, kann nicht springen. Okay, laufe ich mal hier durch, komme ich hier rüber. No. Mit der Mut der Verzweiflung. Ich rufe jetzt einfach mal in irgendeine Richtung. Vielleicht kommt irgendwann das Ende der Welt. Ausdauer ist halt echt nicht so sein Ding. Okay, also wir sind schon recht weit weg. Wir sind schon wirklich weit weg. Ja, hallo, Spielfeldende. Ähm, ja. Ja, wie gesagt, ich glaube, ich glaube. Oh, you escaped. Ähm. Ne, weg. Was, was, was sollt? Was sollt? Who knows? Leute, wenn euch das Video trotz alledem gefallen hat, lasst gerne einen Raum nach oben da. Ja. Schreibt es in die Kommentare, ob ihr es vielleicht besser macht. Ihr macht es bestimmt besser. Ihr seid Pros. Ich eher nicht. Von daher. Seid tschüss, Sikowski. Und bis zum nächsten Projekt. Bis dann. Tschüss. Ich würde es auch einfach gut finden. Wir gehen eine Waffe finden und dann bumm aus. Fertig. Das wäre ja noch besser. Das ist also. Oh, Black War. Mann, warum? Wie, wieso? Das ist hier nicht schon schlimm genug? Hör auf damit. Das ist ja einfach, oh Mann, feuchter Shitwärtchen für dieses Feuerzeug. Also, das ist so. Das ist so komplett in den Arsch gemacht. Der hat mir so auf den Sack mit seinen komischen, dieser lyrischen Durchfall. I'm going to God, you like me. Also, die Musik für mich ist wirklich schön. Ich habe schon fast ein bisschen überlegt, wo ich den Soundtrick hole. Und so zum Einschlafen für das Game tatsächlich. Sehr angenehm. So, so eingeread. So, das Spiel hat für mich jetzt schon so einen Status. Wahrscheinlich wie bei Benny Game for Anna. So, wenn dahinter nur ein Raum ist, wo noch ein Geist ist und irgendeine Scheiße, eine Knolle oder irgendeine andere Bisse, macht Papa hier den Laden zu. Spring doch da rauf. Spring doch bitte da rauf, Junge. Mann, du musst doch bloß mit deinem Fisch, weil mein Körper jetzt dich doch festhalten. Was bist du denn für eine Luftpumpe? Bleibst von mir den Doppeldaumen? Da unten. Was bist du denn? Was sind denn im GBP? Das ist mir so ein Geist, das ist mir auch besser Grund, für eine Abkommen. manipular Sie jetzt ein Augenblick, falls mal in der Fall, Oh, nein. Ioan. Bleibst von mir.